Musik Wir sind heute in Andermatt und führen alle neuen gebuchten und interessierten Kunden für ATLIN Helisports vor, was wir ihnen dort Material zur Verfügung stellen. Es fehlen Kästchen, Breitschi, Pieps, Sicherheitsausrüstung. Das, was wir dort verwenden werden. So einen Testscheat schätzen unsere Kunden sehr. Dann haben sie das Equipment, das wir in ATLIN für sie verwenden, auch hier schon ausprobiert. Sie sind vertraut mit dem ganzen Material und können das eine Woche lang geniessen. Musik Ich gehe jetzt zum 10. Mal auf ATLIN. Das hat einen Grund. Ich war schon an vielen Orten. Aber das Gebiet, die Gebirgsketten, Gletscher, alles ist etwas vom Schönsten, was ich kenne. Und was ist? Sehr lange, schöne Abfahrten. Relativ steil. Und die Baumgrenze ist erst etwa auf 400 Meter. Musik Bei uns in ATLIN gibt es nur Fun-Days, keine Down-Days. Aber an einem Tag wie heute, wo es selbst bewölkt ist und nicht absolut ideal, da bieten wir immer eines mehr, wie jetzt zum Beispiel hier mit dem Tesla-Fahren. Wir haben diesen Schneetöfen, wir haben Timberslets, wir gehen eisfischen, wir haben Hundenschlitten, wir können Heliassistenten dauern, wir können alles Mögliche machen, nur eines nicht rum sitzen, immer Fun in ATLIN.